Hier gibt es ja ein Sektfrühstück. Und für die Handwerker bleibt leider nur die Herrengedecke. Ach du Scheiße. Fett. Dann kann ich noch viel besser erklären, Schatz. Das ist genau mein Job hier, Anweisungen geben. I'm the boss. Prost. Schatz, warum dein Leben? Mach ich. Was ist das? Das ist ja gar kein Akkuschrauber. Okay, Carina, ich fange jetzt an, wo du die Treppe hochgegangen bist. Genau in der Ecke, genau in der Ecke, wo du die Treppe hochgegangen bist. Ich klopfe. Ja. 50 Zentimeter. Wie viel? 50? Lauter! 50 Zentimeter. Okay, wo ist die 1? Ich bin an der Leiter. Geh mal weiter nach hinten quasi. Wie viel? Ja, weiß ich nicht. Geh mal zwei, drei Schritte. Ganz nach vorne. Ganz nach vorne. Von beiden Seiten, von oben und von links. Also von dir aus nach links. Geh mal jetzt in die Mitte. Welche Mitte? Geh mal in die Mitte von dem ganzen Spielfeld, was du hast. Ja. Fünf Schritte. Den letzten machst du ein bisschen kleiner. Fünf Schritte, dann bin ich draußen. Dann geh in die andere Richtung. Einfach rein mit dem Bohrer, damit ich erstmal weiß, wo du ungefähr stehst. Kommt, zieh durch. Oh Scheiße. Ganz falsch. Total verkehrt. Achtung, es kommt. Ah, Scheiße. Was ist Scheiße? Das hat nicht ganz funktioniert. Muss man das in der richtigen Reihenfolge machen? Das ist nicht dein Ernst. Feste, so feste wie du kannst. Drückst du auch dabei oder drehst du nur? Schatz, ich drück dabei. Aber irgendwie... Das kann doch nicht sein, dass du da gar nicht durchkommst. Ja, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Auf jeden Fall musst du richtig feste dagegen drücken und dann erst drehen. So feste wie du kannst. Drück richtig dagegen. Boah. Als wenn du irgendwas... Schatz, Hals, Maul. Hals, Maul. Jetzt kannst du von da aus zwei Handbreiten nach hinten gehen. Weg von hier. Ich bodo schon. Hab ich doch... Warum bodo denn? Ja, Alex, wenn du mir nicht zuhörst, wird das hier gar nichts. Keine Ahnung, wo du jetzt bist. Ich hab's versucht, dir zu erklären. Entweder hörst du zu oder nicht. Warte. Ja, warte. Das ist gleich der Erste, der schreit. Ich höre dich nicht. Ja. Los, das hört sich gut an. Das hört... Nein, stopp. Okay, stopp. Du bist gut, aber du musst ein minimales Stück nach links. Ungefähr 20 Zentimeter zurück. Und gehst ungefähr 40 Zentimeter zurück. Ich bin gerade über 20. Ja, aber du bist ja jetzt weiter weg von diesen 20. Mach einfach. Vertrau mir. Ich weiß, voll anstrengend, Engel. Alles Gubel. Aber es geht um was. Los. Nein, wo bist du? Scheiße. So, wir gehen jetzt von der Ecke aus. Klopp. Moment bitte. Laber nicht so viel. Klopft doch einfach. Ist da gut? Ist das gut? Ich denke, ja. Du bist den, der Ecke aus.